Was geht ab, Leute? Willkommen zu Let's Play Digimon Masters Online. Mit am Start sind diesmal Alpencock und Shushi LP. Aber wir sind ein schönes Alpencock jetzt. Alpenpenis. Ja, wie ihr sehen könnt, ich habe ein neues Digimon, Pawnchessmon White. Kriegst du überhaupt? Was? Wie? Kriegst du überhaupt wieder? Channel 0. Und ihr seht ja, habt ihr gestern schon gesehen, mein Mettbrötchen. Böscher. Ja, ein Zwiebelmett. Was ich neu habe ist, ich habe gestern irgendwie 12 Kisten gefarmt in der Pyramide und habe einen AT-Chip gekriegt mit 201 AT. Genau. Du gehst gerade in deinen Digimon drin. Ja. Nein, ich verstecke mich hinter dem Mantel. No one sees you. Rony will reinkriechen ins Digimon. Ja. Ich muss nur ein Level steigen, dann können wir die leveln. Ja, ich habe aber noch was anderes. Warte mal, ich schau mal eben kurz. Was? Also bis 43 geht. 43? Oder halt, äh, 33. Hm, ich schau mal eben kurz. Wir haben hier. Ich weiß, was ich mache. Ach genau, ich kann dir Stats mal zeigen. Hier, äh, Ability 400 AT. Du weißt ganz genau, wen ich level. Haha. Welches Level ist denn der? Hä? Wen denn? Wen willst denn du leveln? Den jetzt. Oh, der ist 42, fett. Ja. Ifrit. Der wird jetzt gelabelt. Das passt sehr gut. Ähm, hier könnte man die, äh, Stats so sehen. Ich geh die jetzt nicht einzeln durch, 600 AT. Äh, der kriegt halt Vollstuhl durch Dingens. 290 durch Thema schon alleine. Kleber. Ja. Angeber. Kleber. Bam. Der ist so cool, ne? Die F2 macht von dem fast 2k damit. Er ist cooler. Ah, wat? Ah, wat? Warte ab, wenn ich mein Dingens, mein, mein Gilden OP hab. Haha. Ja. Der sieht einfach so aus wie Sir Byron. Deswegen hab ich den Sir Byron genannt. Endgeil, Alter. Ähm. Gehen wir in den Dings, in den Matze? Ja, würd ich sagen. Alles klar, dann bis gleich, ne? Ach, du kannst dich auch porten, fett. Ich auch. Ja, Siki. Ja, Siki. Ja, Siki. Ja, Siki, machen wir das. Sumogi dort. Obwohl, ich hätte eigentlich mich ja wieder von dir porten lassen können. Du bist ja jetzt, äh, Zwiebel-Mäd. Zwiebel-Mäd, genau. Ich bin dauerhaft mad, ey. Das auch. Digimon kackt die ganze Zeit rum. Ich werde jetzt mein, äh, mein Alpha-Mon, mein, äh, Omega-Mon werde ich jetzt leveln. Ah. Da hab ich jetzt Pop drauf. Ja, ah, ah. Ah. Omega-Mon, oh. Party-Dio, würdest, würd ich mal sagen. Invited to Party. Oh, der war Party-Dio. Was machen wir jetzt? Ja, leveln. Ja, aber wo? Was? Ja, ich muss Data-Digimon verhauen. Was mach ich? Du kannst alles verhauen. Nein. Ja klar, du bist Omega-Mon, naja. Was ist es überhaupt? Wakin. Bacon? Okay, dann muss ich jetzt mal ne Runde... Ah, dann mach ich hier paar, äh, Fun-Be-Mons. Fun-Be-Mons? Fun-Be-Mon. Ja, das mach ich jetzt. Aber er haut schon gut rein, ey. Das ist das erste Mal, dass ich, äh, Omega-Mon... Alter, gestern, ne? Genau. Ey, ich hab mich so aufgeregt, ne? Dieses scheiß Hearthstone-Spiel, ne? Ich schwör's dir. Kannst du's nur nicht. Neuen Account gemacht, alter. Öffnest zwei Packs, zwei Legis. Ja, alles gesehen. What the fuck, alter? Hab ich mir auch gedacht, boah, dieser Lacker, ey. Tristanera und Altonidas. Ja, und ich ding jetzt. Danach hab ich mir... Ja, vor allem das letzte Pack, wie hammer das war. Ne, ne, ne Epic, ne Rare und ne Legi. What the fuck? Ja, ist doch nice. Kannst du doch einen neuen Account machen mit Handy? Äh, nein. Du kannst auch mit demselben Account rein, aber ich hab mir gedacht, so, weißt du, dann kann ich beides machen. Am PC so spielen und am Handy so. Ja, aber warum spielst du nicht anfangen mit deinen Main? Hätte eh nichts gebracht. Wieso? 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 Ich wollte was neues anfangen. Hätte Lust auf einen neuen Account. Auf jeden Fall, danach ne, geh ich so, wechsle dich auf Main, mach dann drei Packs offen, die ich noch übrig hatte. Ja, weißt du, was drin war? Dreimal nur ne Rare. Ja. Richtig geil, Alter. Weißt du, No-Sense-LP kann man dich auch nennen. Ja. No-Sense-LP. Ja, du brauchst doch keinen neuen Account machen, nur fürs Handy. Du kannst nur mit dem spielen. Ja, aber ich hatte Bock drauf. No-Sense-LP. Äh, was soll ich denn auf dem anderen Account machen? Ich hatte keine Quests mehr, nichts zu tun und da hab ich mir gedacht, komm, machst du einen neuen Account. Ja, 30 Wins ist ein Booster-Pack. 30 Wins, Alter. Weißt du, wie lange 30 Wins dauert? Ja, und? Ist aber ein Booster-Pack. Vor allem ohne Nackt-Karten, Alter. 30 Wins dauern 100 Tage, ey. Ohne Nackt-Karten? Nackte Karten, ja, Mann. Ja. Ne, ja, Nackt-Harmers ist wirklich wichtig, ja. Es muss. Ganz ehrlich. Ich muss. Ich hab mir jetzt so die ganzen, abgesehen von den Basic-Decks, brauchst du diese ganzen Nackt-Karten. Vor allem dieser 3-5er mit Taunt und Deathrattle. Ja, der ist, äh... Der ist richtig strong. Oder, ähm, Loatep, Loatep wird auch richtig fett genommen. Keltu-Sat ist auch sehr okay. Ja. Ich lach, wann ich will. Ich lach, wann ich will. Der redet wieder im anderen TS wahrscheinlich. Ja. Nee, Patti schreibt grad. Achso. Patti schreibt auch. Achso, fuck. Ich muss auf Uhrzeit gucken. Äh. 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 Bis viertel nach. Äh. Äh. Was lachst du jetzt? Komm, nur 3 Level. Schuhi, geh mal schneller rein. Ich will Level abhaben. Level abhaben. Level abhaben. Ich level schon sehr schnell. Du bist Jogris. Schnell. Schnell. Ich Jogris. Ja, aber nicht so starkes Jogris. Was ist Jogris? Ähm, ja, auch. Äh, 7, 6. Okay. Sehr gut geklont, oder? Ich hab den hier gestern noch auf, ich glaub, 9, 8 oder so gekriegt. Ich hab dieses Event so gut wie gar nichts gemacht. 9, 8. War ein AFK-Event für mich. Ja, ich werd... Ich bin mal so gespannt, was morgen kommt, ne? Jo. Ja, ich... Also, Foxy Gamer meinte Marsmon wäre so das, was am ehesten sein würde. Ich hoffe doch, ja. Ohne Witz, ne? Ansonsten... Also erstmal... Bearmon hier wird dann gelevelt die ganze Zeit. Ansonsten würde noch der Ebon-Wu-Dungeon kommen. Aber das bezweifelt er. Glaub ich auch nicht, weil Ebon-Wu kam jetzt erst in Korea raus. Ja, da kommt zuerst Mega-Sitron-Man. Ja. Da war er zuerst, glaub ich, zuerst Mega-Sitron-Man und dann Ebon-Wu. Also neuer Dungeon wär eigentlich ziemlich geil, ja. Ich hab jetzt den alten noch nicht richtig gehört. Ich glaub... Wir... wir brauchen Dingens erstmal einen Mad-Leomon-Dungeon. Äh, diesen Mad-Leomon-Raid. Der ist ja bei denen schon Ewigkeiten draußen. Mad-Alpen-Bock-Raid. Ja. Hä? Mit altem Cock. Hä? Alpen Penis heißt das. Ach, fuck you. Nein. Apfel-Penis. Apfel-Bock. Alter, Peyroni, brauchst du denn eine Abreibung oder was? Wartab, ich schwörst dir. Der hat jetzt große Klappe, weil er einmal gewonnen hat. Wenn ich Naxx hab und den so platt machen werde, ich werde den vergewaltigen. So krass werde ich den fertig machen. Ja, dann holst du die endlich. Ja, wartab nächstes Monat, Alter. Mach dich so nass, ne? Ich schwörst dir. Du wirst, du wirst dir wünschen, niemals geboren gewesen zu sein. Können wir mal tippen in den Kommentaren hier. Wer gewinnt, Alter? Ich oder der Peyroni hier? Ja, ja. Der Alpen hat bis jetzt nur ein Game gewonnen, Alter. Ein so n Battle. Sonst hat er nur verschissen, nur kassiert. Fuck. Jetzt hab ich rausgetappt. Ich Idiot. Weil mich irgendjemand wieder im PS angeschrieben hat. Er macht dich richtig nass, die Schwester. Nass damals. Ja, für den wird das... Weisste... Danach kannst du dem Alpen erstmal so n Kehrblech holen, weißtst, für den ganzen Sand, der aus seiner Mumu fällt. Schaubsauger schaut nur der throkkener graveyard. Alter, was isser mit dir? bra colour aufs Maul, oder wat? Ja, du bist immer die Leute, die so stark sind, wir aufs Internet. Ja, genau so sieht das aus. Der hat jetzt einmal gegen Alpen verloren, weißt du? Ich denke, der ist der Killer hier. Hätte ich so nieder machen, Kerl. Blech. Kann man ja mal den ganzen Decks wegmachen, kann man wieder neu machen. Alpen, was hältst du davon? Du darfst keine Nux und keine Blackrock-Karten und dann kannst du gegen mich spielen. Was hältst du davon? Wir können auch so machen, du machst n Dings, stellst n Deck, dann Autozuweisung. Ja, Autozuweisung, der nimmt aus allen Karten, Alter. Ja, wieso, dann nimmst du ne Klasse, dann kriegst du rein am Karten, keiner schaut sich das Deck an. Ja, ja, ich weiß, das darf ich mit, äh, Muster.